Ihr supportet mich da, einfach runterladen, Handy oben vor den QR-Code halten, runterladen und App einmal öffnen. Schon habt ihr mich supportet, ohne was Großes tut. Am Handy? Komisch, ne? Aber trotzdem danke, Wuld. Mach mal den Sound aus von Tower Brawl. Was für ein Sound. Was? Hey, no, 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 no! Ah, ich glaub, du meinst den Sound, wenn jemand das runterlädt, ne? Was feiern wir denn? Gibt's davon ne Serie, Wuld, an? Hier von dem Spiel? Also ne Fernsehserie? Ist ein bisschen leise. Müsste jetzt besser sein. Ja, echt? Red grüßt dich. Auf Netflix? Ja, und das ist ein gesponsorter Striebe, ne? Ja, dankeschön an dieser Stelle nochmal. Die ist mega? Okay, dann weißt du, was ich heute angucke. Wenn ich noch einen von diesen UNN pricks bin, dann bist du noch ein OPA-Trader, mit Anderson Dawes' Bounty auf deinem Kopf. Aber Der Vergangenheit ist der Vergangenheit. Der Vergangenheit ist der Vergangenheit. Warum hast du nicht das? Die Bounty? Ich kenne, du wärst mehr wert. Warte, du erinnerst mich jemand. Wenn das jetzt gleich vorbei ist, warte. So, warte. Moment. So. Ich muss mal kurz was machen, warte. Okay, hier seht ihr mich. Hier, wer Interesse hat, ne? Sixpans. Draufklicken. Werdet weitergeleitet. So spiel. Im Epic Game Store Xbox Series. Und für PS4, PS5. Und, äh. Tralala. Weiter geht's. Mach mir morgen einen grillaschen Dürre-Heiko. Was machst du dir morgen? What? Genau, Epic. Genau, genau. So. Ich wusste, dass du mehr wert bist. Jemand, der andere auf so gefährliche Art verärgern kann, muss verdammt wertvoll sein. Mhm, jeder könnte das verärgern. Dankeschön. Niemand schwebt mit dir, was bedeutet, niemand schwebt mit mir. Und, hell. Wenn dieses Score ist, was ich denke, es könnte sein, danke. Du hast den Deal des Jahrzehens. Jetzt trink. Ich feiere später. Trink den Scotch. Trink den Scotch. Ja, ich sage, oder was auch immer die Leute sagen. Kürzlich. Wenn du dich verirrst, drücke F, um eine Richtungsmarkierung anzupinnen. So, ich soll ja die Crew versammeln, irgendwie. Oh, da. Khan. Mit Khan reden. Kahn. New Orders from the Captain. I know. He already sent me the coordinates. Captain thinks that this could be... Last Score will ever need. All of a century. I got the pep talk from him. Lorato grüßt dich. alles gut. It depends. On what? On how long you plan to waste my time. Was hat sie? Nasen, Nasen, Nasenstecker? Nasenring. Ach je, ich habe den Lakaien veragert. Vergib mir. Es ihr zeigen. Es auf sich beruhen lassen. Es ihr zeigen. Sind das denn auch dann die Charaktere aus der Serie? Die hat so eine Hotze-Stimme, ne? Hotze-Plumps spielt auch. Wie klein ist Hotze-Stimme? Mir geht's gut, Knobber. Dankeschön. Hat der Waschnabi geschrieben. Hast du doch gelesen, oder? Zigarre. Ansehen. Sie kaut seit Wochen auf derselben Zigarre. Foto? Das ist wohl Kahns Ehemann. So glücklich habe ich sie noch nie gesehen. Mit der Zigarre kann ich aber nichts machen. Kann ich die nicht wegnehmen? Okay. Hotze in the game. Ja. Das ist wohl... So, Befehlskonsole. Was kann man denn hier machen? Missionsbesprechung. Wir sind von der Marine der Vereinten Nationen. Okay. Wir müssen den Wrack untersuchen, oder? Okay. Schützenstation. Ich wusste nicht oft schießen, aber wir halten die PVWs. Was? Voll bestückt. Okay. Schiffsdiagnose. Zum Scannen halten. Neues Atem ist Protokoll freigeschaltet. What? Crash Couch. Ansehen. Aber hier konnten wir ja nichts machen, ne? Missionsbesprechung? Dann kannst du nur schließen. Atem ist Protokolle. Haben wir doch freigeschaltet. Crew-Aufstellung. Captain, Offizierin. Okay. Diagnose. Okay, vom Schiff ganz normal. Ziele. Zwillinge informieren. Virgil informieren. Okay, wir gehen da jetzt mal lang. Ach, Knobber. Offizierstack. Okay. Okay, wir suchen mal den Rest der Crew. Was ist das hier? Kisten ansehen. Okay, der sollte eigentlich die Kisten wegräumen. Crew-Deck. Wir gehen ans Crew-Deck. Was ist das? Vorbereitungsprotokoll der Luftschleuse zum Scannen halten. Neues Atem ist Protokoll freigeschaltet. Okay. Wo geht's zur Crew da? Vorbereitungsraum der Luftschleuse ansehen. Offizierstack? Ne, da bin ich ja hergekommen. Wenn du dich verirrst, drücke F um ein. Okay, okay. Das hat man eben schon. Ja, wo lang denn jetzt? Wo ist denn das Crew-Deck? Ich verlaufe mich jetzt. Hier, pass auf. Oh, hier kann man schlafen. Wer ist er denn? Was macht er? Das könnte ich sein. Maya kann das reparieren? Kann er ersetzt? Wir machen Maya kann das reparieren. Ein hochwertigen Edelstein brauchen wir. Wir haben einen neuen Target. Was ist denn diese Zeit? El Dorado? Die Fountain of Youth? Lass mich sagen. Die Falken Horde of Venus? Die UNN, Ersha, Narby. Cap glaubt, dass es etwas valuable anbord. etwas speciales. Wir wollen das so eine Atennis? Wir werden gut. In-N-Out. No Games. Hat schöne Augen, ne? Ja. So, Zwillinge informieren. Was ist das? Poster. Kann ich nichts machen? Maya hat einen Plan für diese Meditation-Session. She's going to bring her make-up kit and wait until Virgil gets into a deep trance. Then go to town on him. I may have to watch. Das sollte ich mir ansehen. Von da sind wir gekommen. Wir sollen die Zwillinge informieren. Vielleicht hier? My Lady. Zwillinge informieren. Castillo. Reiseführer. Maya fits in well for her first time in the boat. Despite whatever Philota this book taught her. Okay. Schiffsbetriebsanleiter. Somehow I am not surprised to learn that Maya keeps a copy of our ship's manual by her bedside. Okay. Das ist das Zimmerchen von Maya. Hier ist der Doktor. Das ist der Drummer, ne? Maya ist die Mechanikerin oder sowas. Kate Train. Zigarettenschachtel ansehen. I bet she sniffed that box before she goes to bed. Sie schnüffelt an dieser Schachtel. Junge. What? Moro- Morozov? Puzzle. If he doesn't secure that thing before we come out of trust, we'll all be finding pieces in our bits. Again. Okay. Ach, das sind die Zwillinge. Okay. Opa-Armband. Wie Opa-Armband. Ach, da. Okay. Aber wo finde ich die Zwillinge? In ihren Zimmern sind sie ja nicht. Ja, ich habe das vor kurzem erst wieder gesehen. Game of Thrones und, äh, nee, jetzt, jetzt noch nicht. Das dauert vielleicht ein Jahr oder so. Dann kann ich es mir nochmal reinziehen. So, wir können F drücken, ne? Zwillinge informieren. Hier dran? Nee, das ist doch die Notiz. Ich höre doch irgendwas. Klappe zu Kaka. Wie war das Wetter gestern bei dir? Bei mir? Bei mir hat es die letzten drei Tage nur geregnet. Vier Tage. Ist nur am Regnen. Jetzt auch wieder. Die ganze Zeit. Seit heute Morgen. die ganze Woche schon, ja, Malida, ja, die ganze Woche. Bonsai na? wie Gerrit. Das heißt Kaiser Gerrit von Irland. Ach, schön. Wie weit bist du bei dir? Der hätte ich dann die Leine und der Leine. Ich ignoriere ihn. Just do your job. Okay. Joachim, Bossman. Von klein Gerritland. Wer von euch spielt eigentlich noch Shakes? Wer spielt noch Shakes? Kühlschrank. Zum Scannen halten. Ab 16 Uhr startet der Helvator, ne? Wer da einen Code haben will, kann mich auf Discord anschreiben. Neues Protokoll freigeschaltet. Recycler. So far. None of the biomass that's gone through this Recycler has been a crew member. I consider that a win. König auf Wanderschaft. Als die Türken mich fertig gemacht haben, habe ich mit meinem Sohn in Aquitanien gespielt. Das ist manchmal richtig, richtig ätzend, oder? Ich weiß zum Beispiel nicht, woran das liegt, ob die Gattin das macht, die Ehegattin. Ich bin ja zum Katholizismus schon vor 150 Jahren gewechselt. Und auf einmal bin ich Nesto sonst irgendwas, Religionskrieg gegen mich ausgerufen. Ich hab dann irgendwie, ist die Religion gewechselt. Ich weiß aber nicht, warum, ob das am Ehepartner auch teilweise liegt. Eh, keine Ahnung. Auf einmal griffen mich da alle an, Franken, Lothring in Frankreich, war ich kaputt. Aber die haben mich nicht ganz kaputt gekriegt. Ja. Und jetzt bin ich Kaiser. Das betrachte ich als Gewinn. Okay. Elektrolytenflüssigkeit. Auch Gefolgsleute, die du einstellst. Aber die können doch im Normalfall nicht meine Religion ändern. Oh. Also es gehen nicht nur die Vorräte aus, sondern auch die Grundstoffe. Das betrachte ich als Gewinn.